Sie kennen sie wahrscheinlich sowieso schon, die KNAUS Servicebox. Bedeutet, alle Anschlüsse zentral an einem Ort. Ja, und das ist einfach praktisch im Reisealltag. Wir beginnen mal hier auf der rechten Seite. Hier sehen wir also die Auslässe für frisch und vor allen Dingen auch für das Abwasser. Dann natürlich ganz wichtig, zentral in der Mitte der Frischwassertank. Hier oben befüllen, hier unten ist die Serviceklappe. Natürlich ist auch das Reinigen des Tanks ganz, ganz wichtig. Und hier kommt man natürlich gut dran. Das ist eine große Öffnung.